hey ja hier ist der schnuppe ich bin der deepstar und ich heiße willkommen zu einem neuen format auf meinem kanal und zwar heißt das deepstar bespricht wo es um reviews zu videospielen geht die auf meinem kanal komplett zu sehen sind ja das ist ein bisschen die xxl version von meinen reviews die ich zwar im zuge meiner kanal nachricht gemacht habe habe überlegt das mache ich ein zukunftsatz eigenes format das muss vor um auch ein bisschen mehr über das spiel zu mitzuteilen und ja noch mal alles komplett in einem video verpackt sagen was ja dem spiel meine meinung zu spiel ist ja und halt wieder paar andere weitere sachen die auch hier im zuge der ersten ausgabe zu sehen sind und zwar besprechen mit euch heute das spiel starlenzer oben im e findet ist das let's play bzw die let's plays verlinkt nämlich auch zur demo die exklusive inhalte beinhaltet wie auch in der video beschreibung dass wir dort verlinkt und zwar starlenzer ist ein spiel die aus dem jahr 2000 was veröffentlicht wurde von digital anvil und warsock also dem das entwickelt veröffentlicht wurde das für den für windows und der dreamcast und zwar gepublished auf windows von microsoft und auf der dreamcast version die version kam von crave entertainment hier oben habe ich ein cover von dem spiel und zwar in dem fall die pc version die originale pc version die greencast version ähnlich aus aber da wir hier eher die pc version besprechen habe ich entsprechend das dazugegeben hier oben drin ja und lasst du darüber hinaus ja damit war ein bisschen video inhalt haben das let's play quasi mietergrund laufen ein paar folgen davon die so laufen ohne ton damit ihr immerhin vielleicht vom spiel seht vielleicht und deswegen weil ich das mal kurz rein das muss ich auch einspielen natürlich erst ihr wisst das ja da muss ich kurz gucken so fangen wir dann so an ok und zwar ja wie ich mal sagen wir legen los da muss ich natürlich in zukunft alles aber also alles immer einspielen natürlich ja allen zwar ist ein spiel am jahr 2000 was dem genre der weltraum action angehört das habe ich noch nicht erwähnt und ja da will ich ein bisschen auf die person hinter dem spiel angehen die haupt verantwortlich bei diesem spiel würde ich mal genauer erklären weil ja das betrifft wer hat das produziert die haupt programmierer haupt grafiker und haupt musik verantwortlichen natürlich bei seinen spielen viel mehr fahren mit mitgearbeitet aber es geht um die wichtigste person die gleitende position eingenommen haben und zwar von man mit den produzenten der produzent dieses spiels war erwin roberts der forster lenz hat mal bekannt ist für die spiele wing commander frei wird hier aus 1993 oder dem uhr des nachfolger private here to the darkening nach salient gab es dann noch ja ich sag mal zwei mich ja noch zwei weitere nennenswerte spiele aufgeschrieben und zwar einmal lego star wars die komplette saga und lego city undercover aber auch noch jeweils produzent und auch die anderen lego spiel noch dazwissen aber das ist ja auch haupt die hauptspiel dann gewesen nach salienter der ausführende produzent von dem spiel war chris roberts himself erst verantwortlich in der vergangenheit gewesen vor dem spiel hier für die wikwander serie selber das heißt wikwander 1 in kohann 2 in kohann 3 und wikwander 4 und von ihm aus der taufe gehoben nach salienter war verantwortlich für ich sag mal im nachfolger von dem spiel hier freelancer und heutzutage natürlich bekannt berüchtigt für das ist ein wo er seit jahren dran arbeitet er ist also dem genre auch treu geblieben muss man sagen in sachen weltraum spielen das war auch immer seine große vision und da hat er entsprechend auch dieses spiel hier mit aus der taufe gehoben wer hat hier kennt der weiß dass eigentlich vieler starstages in die richtung geht deswegen hatte ich es immer lustig dass er das prozent von dem spiel hier erwin roberts ist der private hier aus der taufe gehoben hat und der für den wikwander verantwortlichen spiele eigentlich das bieter teilgenommen hat lustig als eine aneggote programmiert wurde das spiel als hauptprogrammierer waren auch zwei leute und zwar mal paul jutsch er hat vor dem spiel hier programmiert batman the movie das spiel dazu aus wieder 1989 und prior to the darkening da haben da kennen sie sich also auch schon her nach nach salienter ist auch die restliche geschichte mit aaron roberts recht ähnlich denn er war verantwortlich damals programmierer bei lego star die komplette saga lego hell potter jahre 1 bis 700 sagen bei dem titel lego city undercover und lego marvel avengers also noch durch einer der neuesten der neueren lego spiel war auch noch verantwortlich ja dann jetzt nicht war hauptprogrammierer auch noch der weg senior da war das erste projekt das heißt davor hat er keine überhaupt keine programmiert friedigkeit wahrgenommen wie soweit ich das hin konnte und hat danach lego star wars gemacht also die kompletten reihe also lego star 1 2 blitz sage und lego star wars 3 und ebenfalls lego city undercover inklusive im 3d sableger sich beginnt ja also da die ganzen entwickler team das ganze entwickler team aus dem spiel hier ist quasi ich bitte in das lego in erhalte das lego segment gewechselt kann man suche festhalten die grafiker da siehst du mich tatsächlich ähnlich aus und zwar die grafik leitung haben auch zwei dort übernommen und zwar einmal nick elms da war ford silencer verantwortlich für strikers mann aus dem jahr 1986 private here to the darkening und nach salenser war auch grafiker von wipeout puls das war glaube ich der psp ableger von wipeout und lego star wars die komplette saga und anschließend war danach ist auch befördert worden im entwicklungsteam war dann nämlich von lego city undercover und lego city undercover sich ja da gehen alle bei lego gelandet ich finde das echt bisschen lustig film dann dann gab es noch viel meller ebenfalls als grafiker verantwortlich von strackers wand und private here to the darkening ja ebenfalls das gleiche und danach im entwicklungsteam gewesen also danach hat er keine grafikleitung gemacht sondern wir waren entwicklung also also im design team allgemein von lego star wars wie clone wars und lego city undercover sich beginnt ja dafür alle spiele wieder zurück so dann die musik ihr erst natürlich hier nicht seht leider oder hört und zwar auch zwei leute die hauptverantwortlich da sich zeigen dass vor allem david blindsten der neben starlet nur ein spiel gemacht hat und zwar tom und jerry in house trap ebenfalls aus dem jahr 2000 ein playstation 1 titel dann ja ein großer ein großer musiker hat hier stand am anfang seiner karriere kann man sagen und zwar ihren liebsten auch für starletzter den fahrzeug gemacht das war wie sie am anfang seiner karriere noch denn vorher gab es nur musik zu tower of the ations und seno crazy und danach ja wie gesagt danach fing seine karriere eigentlich richtig an in sachen video game musik und zwar unter anderem war verantwortlich für musik in der project in der project gotham racing reihe prater cocky jungle was auch als display auf meinem kanal gibt ja das fände ich auch mal oben im i dann kingdom hearts war beim annuaren teil verantwortlich battlefield drei und vier diversen rennspiel von codemasters wie zum beispiel teile der f1 reihe oder grid oder auch musik in der total raw reihe hatte auch noch gemacht ja also hier in limix heutzutage nicht mehr wegzudenken damals noch ganz am anfang seiner karriere aber muss man so sagen ja starlenzer worum geht es in dem spiel ihr seht hier ein paar gameplay szenen ja starlenzer ist ein spiel man kann es salopp bezeichnen als der kalte krieg im weltraum ja denn worum geht das hier denn es gibt ja im sonnsystem zwei macht blöcke einmal die koalition was quasi so ein bisschen der warschau-pakt in der zukunft ist denn der besteht aus russen aus chinesen chinesen also man kann sagen aus kommunisten ja also aus den damaligen kommunisten und ja und halt die allianz was gerade die alliierten sind ja deutschland spanien italien frankreich usa england ja also halt das klassische ost und west prinzip und das spiel handelt ja quasi darum dass die koalition ja so genannte frieden angebliche friedensverhandlungen dazu nutzt man überraschend angriff zu starten die haben gesagt ja wir wollen hier ins vertrag der diesen alten krieg beendet unterzeichnen und dann haben sie entsprechend diese frieden diese friedensverhandlungen dazu benutzt um die allianz in den kern in den kernplaneten vernichten zu schlagen das spiel setzt also kurz nach dem angriff ein und der spieler ist teil des 45 freiwilligen geschwaders was am anfang des spiels quasi ja das war damit verantwortlich ist dass die koalition die außenplaneten nicht erobern kann also neptun und so weiter und uranus und waren quasi alle unter alle überlebenden schiffe dieses überraschungsangriffs einen sicheren hafen noch bringt und im laufe des spiels dann ja macht man sich aus der verteidigung heraus und beginnt dann damit das spiel das sonnensystem zurück zu erobern ja dabei war es dann eigentlich geplant als ja auf also als trilogie es sollte eigentlich der auftakt einer trilogie werden leider hat das spiel nicht so gut verkauft deswegen halt dieser plan verworfen wurde und es dann nur noch ja ihn ja den entfernten zusammen wie das gab er halt noch andere spielprinzip auch hat deswegen auch nicht vergleichbar ist mit dem spiel hier sagt man kann jetzt hier seht ihr gerade spiel 10 da wisst ihr wie das spiel abläuft und da würde man sagen wir kommen mal zu einem fazit ja ihr was natürlich nur meine meinung wieder gibt die spiels es gibt natürlich nur meine meinung wieder ich weiß dass das teilweise auch an dass ich andere meinungen haben könnt ihr könnt gerne eure mal posten in der video beschreibung ihr könnt gerne sagen ich zähle total Mist das ist total und das ist total blöd dann ist das so dass meine meinung die wie ich halt das spiel empfunden habe und ja müsst ihr mit leben und ihr könnt wie gesagt ich bin auch für eure meinungen und freue mich auf diskussionen in der video beschreibung ja und zwar fangen wir an mit das gute was ist gut in diesem spiel ja wo es doch recht viel gibt sag ich mal so es gibt das spiel besteht insgesamt aus 24 missionen ja also man hat recht viel zu spielen das besondere an dem spiel ist es ist nicht nur pure singleplayer sondern man kann diese ganze kampagne alle vier seine missionen auch im koop spielen das war damals durchaus eine revolutionäre eigenschaft neben diesem koop kampagnen modus gibt es auch viele weitere andere mehr spieler modus also modi dies war das mit king of the hill capture the flag das klassische multiplayer erlebnis hat man auch in dem spiel hier was die auch allesamt im lahn spielbar sind das heißt man kann hier auch heutzutage noch spielen das ist die information die ich natürlich auch auf weg gebe es ist es war nicht nur damals multiplayer so man kann es auch heute noch genau so spielen muss man sagen also man werden wer interesse daran hat kann immer melden ich bin immer dafür zu haben ja das besondere auch daran die dreamcast version die du spielst hat das gleiche ja auch die dreamcast version kann man im koop spielen hat diverse multiplayer modi da haben sie tatsächlich dasselbe spiel tatsächlich auch transferiert transformiert bekommen das heißt ja die die version ist ansonsten abgespeckt kann man noch kann man noch sagen das heißt jetzt aber alle missionen und auch alle dialoge entsprechend und auch wie sagt die multiplayer modi auch im auch im lahn möglich ja man kann auch die dreamcast version heutzutage noch mit es wenn den tools spielen ja also im multiplayer wer will der kann das tun ja jede mission die spiel hat ein eigenes datum und so wie ich spreche das ist im krieg ja quasi hier beginnt vorangeht insgesamt umfasst so zwei jahre oder anderthalb jahre und man hat entsprechend bei jeder mission ein neues datum und dann weiß man auch dass man langsamer zeit voranschreitet was ihr entsprechend auch in als vorschriften wieder wie er spielt dass man halt im rang steigt im rang steigen kann dass man neue schiffe verfügbar hat bei waffen verfügbar bekommt und man daher entsprechend immer so ein bisschen fortschritt hat ja das ist halt eine cool sache im spiel dazu gibt es noch dass man die missionen ja diverse entscheidungspunkte haben man kann es vielleicht so sagen also bis dahin entscheidungspunkte ist ein falsches wort und der punkt so diverse punkte haben die halt andere missionen beeinflussen kann können zum beispiel schafft man es einer mission nicht ein großkampf zu zerstören kann es in der späteren mission zum beispiel auftreten ja das schafft man halt irgendein missionstil nicht kann es sein dass das beta noch mal eine rolle spielt es gibt solche kleinen solche kleinen nuancen in dem spiel was hat auch so ein bisschen eine kleine flexibilität in dem konflikt ja vielleicht kann man sagen aber vielleicht zu sagen dass es da ein bisschen ist das vorgaukelt ja dann auch ein ganz großes thema es gibt ast piloten in dem spiel mit namen und geschichte es gibt eine ausführliche technische datenbank dazu das heißt schiffe werden vorgestellt was sind denn die wir sind das jetzt hier sogar passenderweise ja das heißt es gibt leute mit namen man kann geschwadern auch namen zu ordnen geschwader haben namen es ist halt alles es ist so gesehen kein krieg der namenlosen grundsätzlich so wie bei eigenen einheiten bei feinden gibt es halt nur ein paar ast piloten und halt ein bari schwader und dann sind halt nur die namen diese ast piloten halt bekannt aber trotzdem das gute an dem spiel ist halt man kann das irgendwie zuweisen auch weil diverse böse ast piloten auch so eingeführt werden darf man auch wirklich die abschichten bilden hoffen des spiels ja weil die halt irgendwelche schlecht war wirklich farten tun wo man auch zeuge fahren wird und das finde ich auch ganz cool da hat man auch ein bisschen entsprechend aber so diese wut wird ein bisschen ja dargestellt ja man dass man diesen ist auch erwischen will kann vielleicht so wirklich so sagen ja das finde ich auch ganz cool in dem spiel muss ich einfach mal so sagen ja und das wird sich ja vielleicht vielleicht war der ja der ums dritte punkt sein die idee dahinter fand ich ganz gut dass man jedes land mit da eigentlich direkt widerspiegeln wollte ja das zum beispiel die amerikaner amerikanischen dialekt haben japaner und japanischen dialekt also so ein akzent sagen wir mal so nicht dialekt sondern sondern halt akzent das war die idee man hinter fand ich ganz cool das wurde immer zerrissen in der presse aber ich fand auch von vielen spieler ich fand es war die idee dahinter einmal ganz cool ja dass man da bist länder dass sie so versuchen dass die länder auch sind und nicht nur alle mittel eines einheitlich sprechen sondern auch nur versuchen müssen alle dieselbe sprache zu sprechen weil immer die idee die dahinter ganz gut ihr habt die idee jetzt gut umgesetzt wurde dass wir lasse ich euch wie gesagt das ist eure meinung ich fand das ganz cool einfach die idee weil ja es gab ein gewisses gefühl für unterschiedliche nationen dass man was da unterschiedliche nationen daran beteiligt sind an den krieg und so weiter ja das hat man auch wirklich konsequent durchgesetzt ist es keine erfindung der deutschen übersetzungen die wie gerne auch hiertümlich gemeint wird es ist im original tatsächlich das gleiche ja im englischen original des spiels gibt es das auch ja da gibt es das auch was da deutsche deutschen akzent haben ja für uns klingen die deutschen als normal für amerikaner klingen die auch total genauso lächerlich ja oder die russen also dasselbe ist ja auch in der französischen version ja in der französischen version hat man auch gemacht man das konsequent durch alle sprachversionen durchgezogen diese akzent sache und ich finde das echten aller ehren wert ja ich kann jetzt so der ehrlich sagt der sprachausgabe englischen nur wenig sagen natürlich gar nichts ich weiß dass da gelungen ist aber ich finde das ganz cool dass man da so eine vision möglich hatte und das auch konsequent durchgezogen hat das finde ich einfach nur einfach gut ja immer so eine vision hat und dann das durchzieht ja dann ich sag mal so ich pc spezifisch das gibt es in der riebkasse version nicht wie nach den technischen datenbank zum beispiel gibt es da glaube ich nicht ich bin gar nicht sicher aber zumindest gibt es glaube ich einer doch das gibt es glaube ich das gibt in der version überleid habe ich jetzt ein fehler gemacht es gibt es auch in der version ja was ich gut finde hier als technischen datenbank allgemein dass man dass jedes schiff jedes typ man etwas lesen kann ein bisschen was du entfährst über die feindschiffe du bist du erfahr also bis was erfährt darüber und wie gesagt über die charaktere begann piloten jeder pilot jemand trifft jetzt der eigene hatten namen und eine kleine geschichte das finde ich immer das waren immer sehr schön hier ist geschwaderte geschichte das finde ich einfach sehr sehr schön sehr viel sehr mit dem als sehr mit dem detail gearbeitet zwischen den missionen gibt es auch nachrichten beiträge die quasi über ereignisse außerhalb des missionen erzählen von wegen was sonst so passiert also dass woanders auch krieg stattfindet das finde ich alles sehr cool gemacht ja also das wie sagt die ganze atmosphäre im spiel die da aufgebaut wird wo dann über salber halt die halt übereignisse in anderen teilen ist und das sonst berichtet wird und manchmal auch darum kämpft quasi selber teil dieser news zu werden weil auch die mission hat immer wichtiger werden die man halt macht dann bekommt man immer häufiger in den nachrichtenverträgen vor darum zu kämpfen weil man hat aufmerksamkeit erlangt das finde ich ganz cool ja eigentlich muss ich sagen ja dann ansonsten atmosphäre wird ansonsten groß geschrieben mit den dialogen während der mission mit der ansatzbesprechung die wir am anfang gesehen haben oder auch medaillenzeremonien wo man dann sein ordner erhält dass solche kleinen sachen die halt der atmosphäre im spiel wirklich zuträglich sind die auch einfach cool sind ja was ich noch sagen kann auf technik gehe ich eher weniger ein nur wirklich bei ganz drei krassen fällen von den grafik und sound die willigkeit bewerten weil die ist noch nicht wichtig deswegen ja ich sagte nur was wenn ich sage das war nicht richtig schlecht ja dann sage ich mal was dazu ansonsten aber tatsächlich die auf das thema nicht ein und ja dessen kann man jetzt zum thema das schlechte was ist in dem spiel nicht so gut gelungen aus meiner sicht wie gesagt ist meine sicht und zwar ja ich habe hier ja gar nicht so viel zu bemängeln muss ich mal sagen weil die missionen abwechslungsreich sind das kann ich noch dazu sagen als positiven punkt mission abwechslungsreich aber was ist schlecht ja die pc version ist hat sehr viele fehler bedauerlicherweise das spiel hätte ein pack dringend nötig gehabt weil das ja das spiel war damals ursprungs damals als veröffentlicht wurde sehr abschlusslastig es ist gern abgestürzt durch diverse technische probleme wegen treiber halt in kompatibilitäten wo das dann ist abgestürzt teilweise der netcode obwohl man alles gut spielen kann im land ist nicht überragend leider das ist wirklich ein kleines problem auch auch immer gewesen im multiplayer aber man hat damals das es gab da halt im internet da war lecker und so kein problem aber man hat manchmal auch plan das ist halt einfach rechtes netcode leider ist in der sich so gut man kann spielen also man kann sich spielen oder so aber man merkt auch dass das viel da hätte ein bisschen mehr liefern können ansonsten bugs ja teilweise defekte mission skripte da gibt es mal kein diversen missionen speziell in fällen wo man halt die schiffe die wieder kommen aus anderen missionen wo man sie nicht zerstört hat dass da kein skript existiert um das schiff da zu zerstören dann ist man das komplett entwaffelt komplett auf gefällt gesetzt es wird aber nicht zerstört zum beispiel ja dann solche sachen wie sagt defekte missions skripte teilweise auch ja dass du hast nicht übernommen führt zum beispiel dass du hast der mission das nicht geschafft das spiel keine rolle obwohl es da vorkommen sollte eigentlich da ist das einfach nicht dann ist das kript verpackt deswegen taucht da der und der nicht auf wie sagt es tauchen allgemein manche sachen so nicht auf die auftauchen sollten später ja es ist halt nicht schade da hat man da hätte man alles noch fixen können in meinen augen man muss auch sagen manche dieser fehler wurden auch bei der dreamcast version behoben die erschienen ja nur ein halbes jahr später da gibt es ein paar bugs weniger wo man auch mal sagen ja ich meine das spiel läuft also so stabil muss sagen weil feste hardware aber auch man hat auch manche sachen korrigiert zum beispiel es gibt hier in der pc version ein ja so ein so ein überlebensmodus kreis und wellenmodus der ist in der pc verpackt man hat keine waffen auswahl keine schiefsauswahl man hat man kann den eigentlich gar nicht waffen weil später der zu verpackt ist dass man schiffe nicht mehr zerstören kann der endboss ist nicht zu zerstören das gitter in der dreamcast version alles haben sie alles korrigiert da haben sie sich ein bisschen noch ein bisschen mühe reingesteckt das noch mal zu korrigieren die ganzen fehler leider haben sie nie auf haben seit leider nie auf pc gepatcht das ist halt ein bisschen schade ja dazu gehören auch natürlich dass die ki fliehenfähig ist in dem spiel kann man leider aussagen weil in gar nicht späteren missionen sind die ki kollegen schlecht ausgerüstet da gibt es halt neue schiffe auch für alle piloten verfügung und die nutzen die nicht die fliegen ja noch mit schiffen aus der ersten mission rum dazu ja ist mir das ist mir das aufgefallen erst dass die an die schlachten kaum noch teilnehmen die fliegen irgendwo weit weg außerhalb des missions bereichs ging hier rum und ja man ist da dann alleine wird man ist man in den ganzen gegnern ausgesetzt ja klar die ki oder die geht da kiel ist nicht so erragend deswegen sagt ich bin doch schaffbar ich fand es nicht so schwierig aber ja es ist halt ein bisschen das atmosphäre trägt das halt nicht bei wenn man halt im fest wird man kämpft nur alleine und andere ja die fliegen irgendwo weit weg und da ist kann und im nachhinein einfach nichts ja ist ein bisschen schade einfach weil du siehst dann quasi die piloten nur am anfang wenn die halt losfliegen oder zu dem weg punkten ja das ist halt ein bisschen schade ja muss man sagen das ist halt bisschen schade aus meiner sicht da hätte man auch viel mehr machen können haben sie leider nicht gemacht ja ansonsten ja im ton ich sag mal es kommt ist man merkt es relativ schnell dass fast jeder gegner wenn ihr abschließt todeschrei hat ja man wird nach später nach fast jedem abschluss hat belobigt die gute abgeschossen hat und fast jeder gegner hat letzte worte was halt einfach viel zu viel ist man will also ist ja man hat so nach 23 mission genug gehört was das angeht ja hätte man wirklich deutlich verhindern müssen also da muss man sagen ich weiß nicht was da der entwickler gedacht hat muss ich sagen warum der da der meinung war ist auch cool wenn fast jeder zweite was zu sagen hat es ist einfach unnötig gewesen sag ich mal ganz ehrlich ja muss man so mit klein hart sagen ja ansonsten was kann man noch sagen zum deal grundsätzlich ja ist natürlich schade dass die story keinen zwei jahre weiter geht natürlich gerade dass das wirklich ein bisschen offen endet vielleicht ein bisschen offen endet und wann halt ja und auch die wer uns halt nicht alle tötet die man halt so begegnet bei manchen verschwinden einfach auch durch die geschichte her und wann hat vorgesehen hast irgendwie im zweiten teil oder halt in einer erweiterung ja auch mal geplant war glaube ich nicht halt vollkommen während und ja leider gab es das halt nicht das halt bisschen immer schade dass auf den enden dann ja halt geblieben sind muss man leider so sagen deshalb darum aber da kann ja das spiel hier nichts für das halt das nicht abgehoben ist wo man sagen da kann ja spiel nichts für weil ist ja klar wenn man halt planen mit mehreren teilen dass man da auf den enden lässt ist ja logisch ja er gibt sich aus einer geschichte in meinen augen ja jetzt hier schon man sagen am ende deswegen nochmal hier und jetzt hier zu einem anderen punkt und zwar ist das hier genau und sage ich hier zum sondern installiert aber geht das sind auf dem desktop und zwar hier geht es jetzt darum was ist mit dem spiel los ja was kann man aktuell wie kann er aktuell spielen darum geht es jetzt in der kategorie technik und nenne ich so mal ja das spiel ist ausschließlich als vital erhältlich und heute vierter september 2021 also falls ihr das video in ein paar jahren seht ist vielleicht nicht mehr so da geht der glücklich auf die us team das spiel ausschließlich auf vita als vital erhältlich das heißt für pc also für windows genau gesagt und halt für die cast natürlich als team kann spiel ist ein vvd kast wie war man kann das probleme stecken und vielen keine weite probleme mehr damit ja da und mit aktuelleren emulatoren kann auch pc spielen das geht auch ja bei aktuellen emulatoren extra weil er bei älteren emulatoren gibt es nicht weil starletz ein windows die spiel ist als wir wenigen die es dafür gab für den cast windows c war ja quasi die einmal die ja microsoft umgebung für den cast und halt da gab es ein paar spiele gerade von pc spielen und dort entsprechend meistens mit windows e portiert und alles davon und industrie emulation klappte viele viele jahre nicht so gut ja deswegen mit aktuelleren emulatoren kann man es auch am pc spielen ja die pc version selbst ihr habt es in dem video gesehen ist beschränkt auf 4 zu 3 auf lösungen das lässt sich auch nicht ändern ja es gibt da kein breitbildpatch oder ähnliches das maximum im spiel ist die auflösung 1124x768 per eni datei kann man es allerdings erhöhen auf maximal 1280x1024 5 zu 4 auflösung empfehlen tue ich eigentlich 4 zu 3 weil das spieler 4 zu 3 der halbzeit sein wurde auf 1280x69960 das war auch die auflösung die ich für mein let's play verwendet habe kann man machen muss man nicht ja natürlich also kann man machen muss man nicht apple sassel gar keine eni datei jetzt hier vorbei das ist die silencer eni oder entsprechend so wenn man da draufklickt mit halt mit editor oder notpad plus plus kann man entsprechend da die auflösung einstellen wir hatten das maximum das was die engine was die engine unterstützt ist 1280x1024 da genau stört es ab also man kann es auch nicht höher schalten wenn man wollte ja für windows systeme es ist leider nicht so ein problemlos möglich wie verdienen kast auf dem kast kann man einfach einstecken und spielen bei windows irene ist von windows 10 oder man betrifft was wir auf windows 11 ist ja ist nur noch ein bisschen mehr machen deswegen gibt es hier das star lancer paket was ich verlinke in der video beschreibung das ist quasi von mir als zusammengestelltes paket was quasi auf allen fixes basiert ist so gibt die fixes basieren auf die anleitung auf der anleitung von pc gaming wiki auch verlinkt hier unten in der video beschreibung wo ihr auch als einzeln unterladen könnt ja wo alles einzeln unterladen könnt deswegen ja könnt ihr alles da auch unterladen einzeln und das kann nur das paket was ja halt zum zeitpunkt zum zeitpunkt dieses videos aktuell zu war ich werde das nicht weiter pflegen das heißt ihr seht es hier dego voodoo ist dann entsprechend die version die ich hiermit beipackt das ist die version 2 in 2.7.4.1 das ist im stand jetzt die aktuellste aber wenn ihr das später sehen könntet wäre das vielleicht nicht mehr aktuell damit ist ja einfach eine neuere runterladen dg voodoo entsprechend auch verlinkt hier drunter in der video beschreibung alle alle links alle quellen alles könnt ihr einzeln unterladen ihr braucht dieses paket nicht ihr könnt alles selber zusammenstellen ja deswegen will ich das mal so sagen ja ich werde ich habe hier mich entsprechend keine datei wegen der auflösung dabei erwähne eine readme datei noch dazu packen und da könnt ihr dann damit die anleitung ist für auflösung um höhere zu stellen wenn ihr es nutzen möchtet ja erst mal fangen wir an das spiel allgemein ist auf windows 10 nicht mehr spielbar bis allgemein seit windows vista nicht mehr da der kopierschutz nicht unterstützt wird ja weil hier was dann nutzt den save disk kopierschutz deswegen ist bedeutlicherweise eine grauzone nötig und zwar ein nocd patch braucht man für das spiel das entsprechend die lernstex die hier in dem paket mit bei ist die könnt ihr einfach installiert ihr das ganze natürlich einfach alles das was hier drin ist kopieren in der spielverzeichnis und dann habt ihr schon den großteil erledigt da kann man leider noch spezifisch zu sachen ja dann gibt es dann die grafikprobleme könnt ihr auch nicht einfach mit der höhere auflösung ihr solltet auch den dg voodoo web haben nutzen wenn ich jeden freien beigepackt habe das ist dieses programm hier wenn er startet ihr habt ihr das so installiert irgendwo weil das für viele ältere spiele braucht deswegen ist das nur spezifisch für standard sind eingerichtet ihr könnt aber auch jede andere dg voodoo version nehmen die ihr halt installiert habt am neutralen ordner würde ich auch empfehlen ja da kopiert ihr quasi alles im spielverzeichnis führt dort die dg voodoo cplx aus dann drückt ihr dann auf diesen punkt hier add the folder to the list der control panel app is located wird hier entsprechend dann euer spielverzeichnis halt genommen und ihr könnt dann eure sachen hier einstellen wo ich sage auf einmal muss nichts eingestellt werden der regel ihr wählt hier die bestest output api immer die beste weil sie mehrere grafikkarten habt ihr hier entsprechend auswählen mit grafikkarten ich würde immer die hardware nehmen die ihr habt in der regel die grafik die beste grafikkarte reicht dafür ist die beste dafür und frühe screen output weil sie mehrere monitore habt könnt ihr entsprechend sagen wo der spiel starten das könnt ihr damit festlegen ja bei silence hat spezifisch handelt er sich um ein direct 3d spiel deswegen geht ihr auf direct x und hier wird dann quasi die grafikkarte aus dem spiel vorgaukeln möchtet ich empfehle in der regel immer die beste aus der lüste und das ist in der regel die geforce fx 5700 ultra und dann könnt ihr dort den grafik speicher nehmen was entsprechende grafikkarten speicher einspricht der grafikkarte damals hatte ja 64 und 850 die gab es wohl in drehen drei fassungen weil jetzt jemand das ist nicht genug dann könnt ihr natürlich auch eine virtual 3d karte erstellt ihr hier frei auswählen ja könnt ihr auch mit 4 gb glaube so bei aktuellen karten oder 8 gb habe ich ja neben bei spiel wo du nötig ist in der regel unnötig aber weil dies war nicht nütze in der regel die vor einstellung ich könnte aber auch das hier nehmen ist letztendlich egal ja muss man sagen ja hier dann texturen die filterung könnte die grafikkarte hier empfehle ich immer force andy's topic 16 fach weil es hat eher geringe auswirkungen auf die leistung und da ist die grafik besser damit ja also kann ich immer empfehlen wie ich immer aktivieren deswegen halt ihr sagt darauf und dann seid ihr damit glücklich ja bei der auflösung empfehle ich jeweils dann natürlich eine 4 zu 3 auflösung muss ich so klar sagen sonst das bild hat gesteckt wenn das nichts ausmacht dass das bild total breit ist das cockpit breit gezogen ist dann könnt ihr natürlich jede andere auflösung hier einstellen das ist halt die auflösung die qualtern auf dem monitor geändert wird ihr könnt also auch das spiel auf full hd laufen lassen auf 4k was also haben wollt die andere einstellungen wo ich sagte von wegen die spielinterne einstellungsphase nur wie das spiel betrachtet wie das spiel sich selbst berechnet das heißt in dem fall äußert sich das dass die hod elemente kleiner sind also der beste 46 ist alles wie groß ja bei kleineren bei 2180 x 960 deutlich kleiner habt ihr dann quasi mehr sichtfeld das wird sich dann nach eurer vorliebe einstellen und hier entsprechend dann entsprechend auflösung zu eurem monitor einstellen für 4 zu 3 würde ich sagen wie gesagt ihr könnt natürlich auch die andere auflösung nehmen da wird das bild halt gesteckt aber ich empfehle deswegen eine 4 zu 3 auflösung dass wir renntwert 1.600 x 1.200 1440 gibt es hier gar nicht gerade wie es aussieht 1480 eigentlich auch gibt es hier aber gerade gar nicht müsst ihr dann durch manuell kommen können aber einstellen ich könnte manuell das eintippen 1480 oder für 4k entsprechend 88 mal 2 1 60 eigentlich da müsst ihr auch alles selber einstellen da könnt ihr es auch so machen also das müsst ihr dann einstellen wie ihr es dann halt haben wollt wie es halt zu eurem monitor passt deswegen müsst ihr das einstellen ich lasse es die downsampling in der Regel in der Regel 1.600 x 1.200 weil das war damals die ultimative 4 zu 3 auflösung das war die höchsten 4 zu 3 auflösung die es glaube ich so als monitor gab deswegen nutze ich die in der regel aber wenn ich selber nur 80p habe ich nutze ein briser downsampling das heißt ich lasse monitor sprechen dieser höheren auflösung ausgeben da könnt ihr noch hier einstellen ja ob das spielt ja vollbild und windows modus kontrolliert oder ihr selber das macht oder ob alter entsprechend das ändern kann vollbild oder fenstermodus da könnt ihr hier noch angettung aktivieren da müsst ihr ein bisschen aufpassen da kann bei zuhören auflösen natürlich sorgen dass das spiel ruckelt da müssen wir sprechen das einstellen ja also ihr könnt wenn man nicht spielt auch einfach achtfach nehmen das packt die grafikkarte bei älteren vielen sohn aber ihr müsst da halt ein bisschen aufpassen da kann sein da müsst ihr manchmal testen natürlich achtfach ist immer das beste logischerweise müsste ich entsprechend dann einfach gucken ja so sieht das aus ja also wie gesagt installiert das ganze das heißt ihr kopiert das alles installiert verzeichnis dort machte dann die voodoo führt dort die install bad aus was quasi diese starlen zu sp einbindet das ist und das sorgt dafür dass eigentlich dass das spiel nicht mehr abstürzt wenn ihr den medaillenkasten erfüllt ja da gibt es auch ein installer weil ich der gläufe multiplayer ist weil es multiplayer spielen solltet wird empfohlen das zu deaktivieren weil da geht es auch um gemäuerte spiel daten und so weiter glaube ich da wird gesagt ein anderer kann im multiplayer helfen also weil es ein multiplayer spielen wollt probiert ist könnt ihr probiert mit an falls das nicht klappen sollte dann halt an install weil da gibt es halt kein medaillenkasten oder spiel abstürzen könnte ja dann gibt es da sind die dll dateien alle für die voodoo damit quasi die neue traffic halt auch genommen wird die grafik einsteigen mal getroffen haben und da gibt es noch die ms s 32 dl das ist quasi das sound der hat wie der herstelt das kann man so sagen dafür müsst ihr euch dann entsprechend ein tool installieren was halt zwar uns was hat er halt aktivieren könnte bei mir als kreativ nutzer ist weißt du die alchemie der kreativ da ich eine alchemie habe also da ich eine a7 habe wenn ich hier sprechen alchemie quasi aktivieren also hier auf hinzufügen dann halt das spielverzeichnis das lasse ich alles super maximale einstellung sind dann auf ok und dann war sie auf den fall drücken und dann wird aktiviert dann halt ja das ist halt die sache das ist auch für andere plattformen von anderen grafikkarten soundkarten herstellern gibt es das auch auch so teilweise auch plattform unabhängig habe ihr müsst glaube ich nicht einmal eine kreativ soundkarte haben um alchemie zu benutzen da bin ich mal nicht ganz sicher ganz ehrlich da könnt ihr auf jeden fall da 3d sound haben ja und das ist dann soweit eigentlich alles kann man sagen das ist dann soweit alles was wir jetzt erleben müssen wir haben alles verlinkt in der video beschreibung alles alle patches einzeln bis auch den nocd patch glaube ich da ich da hin verlinkt müsste wo es andere sachen gibt deswegen da den nicht aber alle anderen patches entsprechend in der verlinkt der video beschreibung oder auch teilweise einfach verlinkt im pc gaming wiki wo meine quelle herr ist ja abschließend haben wir noch bis ins meinen persönlichen spiel meine beziehung nämlich zu dem spiel wie meine beziehung beschreiben ja ich wäre mal ein großer fan von weltraum spielen muss ich sagen ich habe dort auf der amiga wirklich viel zeit versenkt mit franzia elite 2 oder auch win commander deswegen auch immer eine beziehung gehabt natürlich zu chris robberts weise durch die wiki wo einer reihe weil der später auch pc dann auch natürlich nachgeholt direkt kann man sagen alle teile dann fast miteinander weg ja und dadurch war auch natürlich starletzer immer damals titel ja von wegen aus neues spiel von chris robberts das neue win commander kann man sagen deswegen natürlich das spiel gespielt tatsächlich damals nur einmal geschafft ich fand die letzte mission hat immer sehr schwer ich habe das nur einmal wirklich durchgespielt und auch nie mit dem guten ende habe das nie das ende das so erreicht wie zum beispiel es gelungen ist aber zwei der spiel gleich wieger als jünger als jünger heutzutage wie einfach gewesen so ist das wenn man halt mehr erfahren ist deswegen das war einfach und es war einfach so wirklich ein pflicht titel ja weil das neue spiel von chris aber auch wenn er nur aber sehr verantwortlich war wo ich zum prioriert hier nicht so die große bindung habe zu priorität zwar allerdings schon priorität mit dann auch schon gespielt deswegen ja fühlt man sich da ja auch gut aufgehoben weil priorität 2 war ja auch sehr kampflastig deswegen hatte man da auch so gewisse ja der speck sage ich mal deswegen dass meine beziehung zum spiel ein spiel wo ich jetzt sagen muss es hat keinen großen widerspiel wert nur sagen jede menschen weil selbst die unterschiedlichen sachen die man hat hat durch die missionsziele sagt man hat nicht erfüllt dass da so kleine änderungen gibt ist halt gerade gut aber ist halt nicht ausreichend um das ganze spiel immer von vornützig zu sagen ich mache ich hatte alle missionen damit ich da was anderes sehe das spiel ändert sich da ja nur marginal es ist als spiel spielst du einmal durch und dann dann halt wieder ein paar jahren wieder wo man sagen ja ich fand es wieder sehr gut das macht das wird nach sehr langer zeit wieder gespielt zu haben das war mal wieder nett man sagen aber es ist auch kein spiel was ich jetzt endlich spielen könnte müsste mit einem single player nicht multiplayer ist ja was anderes weil wenn du deine spielgruppe hast macht das auch in fünf jahren auch spaß ja du da regelmäßig das zockst da ist eine korb bisschen immer wieder mal zur auflockerung das ist alles ja eigentlich ganz cool ja war es halt wie gesagt kein spiel wo ich sagen müsste ja das kann man jetzt direkt im anschluss wieder spielen das spiel wird einmal und dann halt ein paar jahre einmal nicht mehr dann überlegt sich nochmal auch zwei nummern ganz cool noch mal kann es nochmal auspacken aber sonst würde ich jetzt eher sagen wie der spiel wert ist eher gering ja nun mal so sagen du hast halt jetzt an die mission hast die durch dann hast du fertig fertig ja und das soll es gewesen sein mit diesem video hier erste ausgabe von liebster bespricht was auch ein bisschen der testverlangen ist ja wie das gut angekommen ist ich weiß gibt es noch ein paar mängel kann man noch ein übergänge noch verbessern glaube ich kann ich noch ein bisschen was vielleicht schneiden in zukunft ja ich hoffe euch hat das gefallen ihr könnt gerne kommentare posten anmerkungen verbessern vorschläge eure meinung zum spiel wie gesagt eure beziehung zum spiel würde mich auch interessieren könnt ihr alles gerne posten würde mich sehr interessieren ja als letztes dank sagungen sage ich mal gehen sie raus anderen die rat 20 10 ja weil er mich mit seinem 64 spielzeitformat bisschen auch ja bis inspiriert hat ja was ich hier so ein video machen möchte was will ich mal explizit erwähnen ich habe es damit nicht also nicht viel am hut aber das finde ich immer sehr sympathisch deswegen ist das ein bisschen meine interpretation von so einem format und ja vielleicht kommt das ja noch gibt es demnächst häufiger mit anderen spielen wie gesagt ich versuche alles was ihr in dem spiel hier was ich hier rede könnt ihr selber gucken als display oder als streaming mit wenn es dazu kein display geben soll dieser alle das ist verlinkt alte verlinkt auch wie gesagt weil einer der beteiligten waren auch daran beteiligt deswegen da kommt ihr auch noch mit rein ansonsten viele links in der video beschreibung und ja ich hoffe ihr habt Spaß damit danke fürs zusehen oder auch fürs zuhören ich rede ja viel gameplay zu sehen damit ihr seht wie das spiel ist ansonsten und ja ich freue mich auf eure kommentare und bewertungen und ihr könnt mir folgen auf twitter oder auf facebook auch das dazu bleiben ihr könnt beitreten dem discord server zum quatschen ich kann euch Spaß haben mit mir machen und gestalten ihr könnt ihr folgen auf twitch da gibt es manchmal live streams auch so spielen die auf youtube noch nicht kommen werden alles verlinkt in der video beschreibung würde mich freuen wenn ihr dabei sein werdet in zukunft denkt an die glocke wie gesagt damit ja kein video mehr verpasst und ich sage noch mal vielen dank an alle und ja bis zum nächsten mal bis zum nächsten video